Die Marc? Ja? Isst du schon wieder was? 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 Mann! Mensch, man hört! Es fehlt nur noch ein Team. Ich hab 16 Kids. Können theoretisch auf dem Berg, oder? Können theoretisch überall sein. Ne, die sind entweder da oder im Haus oder da in diesem Gebüsch. Ne, die sind der Kron. Hab einen. Hab einen noch mal geheadshotet. Episch! Ne, ich hab die 2K mit Sniper geheadshotet. Wie viele Kids hab ich? 19. So, dann müssen wir ja jetzt in die Lobby. Ne, ne, ne. Ja, 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 ja. Bleib ruhig, bleib ruhig. Chillt mal ein bisschen. Zeig mal dankbar, dass ich dich wieder geholt hab. Ja. Ja. Sonst hätte ich deine Karte auch nicht aufheben können. Da kommt einer. Oh, Hedgehoffsnipe! Bitte, bitte mal. Der hat ein Geburtses Leben von Labela MC. Was machst du da? Da oben war einer. Ja, ich bin oben. Ich hab den gerade erst mal gesagt, der soll nicht auf uns schießen. Ich hab ihn. Sehr gut. Da kommt Loot runter. Ja, ich seh's. Ja, ich seh's. Darf ich welche? Ich nehm aber auf, pass auf. Oh, der Bär verliert Loot. Oh, Digger. Ja, ich seh's. Ich hab' mich. Ich hab' mich. Ich hab' mich. Ich hab' mich. Nein! Oh, ein Herschösschatz. Oh mein Gott. Ein Herschösschatz. Was hier jetzt bei euch passiert. Hat einer nur noch für euch ein Spray oder so? Ja, halt doch mal mit. Nein, ich bin den Bär von der gekurledet. Oh nein. Ja, den wahrscheinlich den anderen wieder holt. Alter, ich wurde betroffen. Hilfe, bei mir sind die drei. Ja, ich seh's. Oh mein Gott. Oh nein, schon wieder. Enrico. Mach ein. Enrico. Das Leipen. Ich hab' keine Sleipen. Ja, ich hab' das. Starbar. Kannst du mir auch viel? Komm her. Ja. Was haben wir kommen? Die sechs Leute noch. Also wir vier und noch ein Team. Also zwei Leute noch. Boah, was hab' ich denn gekriegt? Wo will der mich denn? Ich hab' einen. Ich hab' einen. Ich hab' einen. Super. Sehr gut. Damit hatte ich das erübrigt, Lara wieder zu holen. Ja, ich hatte halt die Krone. Mein epischen Sieg. Am vierten. Ja. Ja, aber. Ja, aber du. Zeig. Blutet, ne? Gehen wir's aber machen. Ich hab' nur ne DMR. Ich kann überhaupt nicht mitbischen, ey. Ja, stehen die bitte. Oh ja. Ich geh' in zu einem Stall. Ich versuch' in zu dem Stall zu kommen, irgendwie. Ach, Alter. Ich hab' 30 HP. Die Karte ist so unterzählt. Ja, das müssen wir jetzt von oben runterkommen. Nimm mal die Minis mit. Ey, ich geh' jetzt einfach da hoch, ey. Komm mal die Minis mit, Marc. Zum Heidern. Gehen die Granaten. Ja, die müssen aber jetzt sowieso wegkommen. Boah, gib mal's Neifermund, gib mal's Neifermund. Schnell, 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 schnell. Ich hab' keine. Wo sind die Pisse? Oben auf dem Berg immer noch. Ja, noch ein Hammer. Immer noch? Ja, jetzt nicht mehr. Die kommen jetzt hier alle. Ey, man kann nirgends anders hingehen. Die müssen immer Auge machen. Gib mal's Neifermund. Wer ist Neifermund? Ja, die müssen jetzt hier. Ja. Hast du? Ja. Oh, ey. Oh, ey. Die sind alle bei mir. Die sind alle bei mir. Nur 28. Einer tot? Absolut. Nachladen. Oder so. Ja, noch einer tot? Das ist der letzte jetzt. Bei mir hier. Ich glaube, wir müssen auch schaffen. Also, ich glaube, hier irgendwo eine war der. Nachladen, das haben wir schlimm genug. Ah, hier unten. Und. Jawoll. Das ist episch. Jawoll. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Das ist weiter episch. Sehr, sehr gut. Boah, die anderen hat die ganze Zeit von oben ja so ein Snipes. Aber unglaublich. Ne, wir haben alles richtig gemacht. Wir haben auch richtig gut. Wir haben die ganze Zeit getfressen. Aber wir haben sich ja gegenseitig auch wieder gut. Ja. Wir haben alles richtig gemacht. Bereit oder Lobby? Ja. Ich bin Lobby jetzt. Oh mein Gott, wir sind so gut. Ja, ihr habt schon alle drei vorpräferiert. Von ganz hier hinten. Wir müssen auf die Turm aufpassen. Meiner schüttelt schon mit dem Kopf, das wird nicht. Ja, bitte. Darf er die Runde für mich machen? Ja, fünf Minuten Kanada noch. Fünf Minuten? Ja. Ja. Ja, die Runde ist gleich vorbei. Genau. Es ist nur noch ein Team hier. Wir müssen es nur noch suchen. Nein, das sind drei Teams. Darf wir spielen jetzt suchen und zerstören, oder was? Ja. Das sind drei Teams. Das ist kein ein Team. Okay, ist ja noch ein. Der ist so pur. Ja. Ja, das ist drei Einzelne. Aber wir müssen in die Zone. Hallo Tim. Ja, ich komme. Ich habe hier einen hinter mir. Bist du dumm nun auch so? Ja, ich bin dumm. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube. Okay. Komm, mach den jetzt fertig. Der ist direkt ungefallen. Also kann es kein Team mehr sein. Dann wird geschossen. Tim. 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 Ich hätte so gerne eine Skywaves gebaut. Ich weiß. Ich hätte so gerne eine Skywaves gebaut. Ein. Zwei. Nur noch. Und das ist ein Team. Äh, Cliff? Kannst du mir die Steifer geben? Wo ist er denn? Ja. Ich bin da drüben, wo ich markiert habe. Du kannst die Tür machen. Ich weiß. Super. Dankeschön. Ey, Glück Gott, es will nicht sein. Dankeschön. Naja, wenn ich es so gleich nicht mehr benutze, kannst du sagen. Äh, jetzt ist der nächste Gegner. Ich will einmal, ich bin cool, äh, cool ruhig. Dankeschön. Okay, jetzt müssen wir den Gegner ausführen, dann mach ich den Trickshot. Go, da sehen. No scope. So. Nein, Woldi nicht. Woldi nicht. Nein. Nein. Mein finster Sieg heute. Wir hatten ja noch den epischen Gold von uns. Anwesend. Ah, du warst es? Ich dachte, er wäre hier im Haus gewesen. Nee, der war hinter dem Haus da und an dem Strand herum. Ah. Nicht loosen. Sorry. Bruder, Bruder. Hat er Maul, du scheiß Wolf. Ja. Du kriegst dich doch. Mist viel. Na hör mal. Entschuldigung. Das hat keiner gehört. Zum Glück auch. Das habe ich Herrn Hör mal gesagt. Okay. Oh, das war gut. Das brauchte ich. Come on. Ich schaff die sonst vielleicht. Wie letztens. Ah, hör mal. Rotter Spider-Man. Aber das schaffe ich jetzt. Oh, scheiße. Ich will es nur das hier machen. Du hast echt lecker, weil da kann das sein. Oh, wir sind nur noch acht Leute. Ja, da steht. Ja, da steht. Dann sind wir ja nur noch vier gegen vier. Mhm. Triff's nicht. Triff's nicht. Triff's nicht. Triff's nicht. Hat dein Maul. Ich treff mehr als du. Äh, ich meine, hat dein Mund. Na, na, na. Ja, sie hat sich doch korrigiert. Von daher. Hat. Hat. Mann, Mann, Mann. Die kommen aber alle, wie die Termine, ey. Come on, bitte. Nein. Ich will nicht. Ich hasse die Welt. Achtung. Da unten. Sub. Ist da außen noch ein Medi oder so? Ja, wäre nicht schlecht. Vielleicht was. Ah, yes. Danke. Ja, okay. Äh, kannst du ja auch vorsichtshalber noch eins mitnehmen. Hast du noch sieben? Episch. Ich hab alle zwei nachgeholt. Juhu. Ja, ich bin halt einfach zu Glück für die... Ich hab 21 Kills. Nice. Wie viel hab ich denn? Wo steht das? Let's Statistik. Du hast null. Welche Fälle habe ich denn daneben zum Springen? 1 nur. Das ist das Beste. Was ist das Beste? Ja, es ist das Beste. Aber jetzt muss kommen noch ein Wadbus. Ja. Halleluja. Er höll. Aber eigentlich wäre es klüger von innen nach außen zu gehen, weil die meisten Leute halten sich dann innen auf und dann werden die gleich durchgereicht. Aha. Sind noch welche oben? Oder sind die meisten schon alle unten? Sicher sind noch welche oben. So. So. Und jetzt? Bei. Zining. Boah Schon welche durch Oh Gott ich fürchte mich so Hey Das musst du drin lassen Im Bestauf Na gut Ich war noch Ich war oben auf der Was ist die zweite oder dritte Plattform? Das ist ja Wahnsinn Und alle waren schon unten Ich war immer nur ganz langsam TAK 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 Jawoll Oh So viel Bolus TAK 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 Nochmal TAK 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 Ja Ja Vor allem hier die Spanier Mit ihrem Stier Wenn sie ihre Stiere da durch die Straßen durchlassen Hm Du hast so'n Quatsch in keinem entsprach Da rennen sie alle vor der Stiere weg Alter Wo? Ah verdammt Nein Hat es dich gerissen? Das hat mich ja zerstört Nein 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 Lass mich leben Geht weg No Geht weg Alter wo sind die alle? Naja sind drei Stück oder vier Stück Alter Alter Lass mich leben Nein 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 Warte wie viel sind noch drin Alter Gar keiner Und ich wurde in den letzten drei Sekunden Gar keiner ist mehr drin Alter Ja Krass hast du Gefinisht Keine Gnade hier Treff halt oben ein oder sitzt noch einer unten drin Auch Headshot snapped Genau Auch gefinisht Wo ist der letzte von denen? Ich hab den Schuss nicht gesehen Sehen wir noch vier Leute unterwegs Ja der ist da auch da oben Da ist Indiana Jones Ach hier oben sehe ich zwei Guck mal Wo ich mal geht Ja und da ist Indiana Jones drin Das sind die letzten Ah ne das sind vier Das sind vier Vielleicht ist das eine noch ein Trio da drüben was du siehst Hm Der ist auf dem Fahrrad hinten da zwei Der laggt übelst Ne ist ein Bot Ah ich sehs Da unten ist einer Da unten ist einer Hier 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 Ja Willst du was zum Hallen dabei machen? Ja 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 Ich hab einen 105 ja natürlich gibt ja auch und ich habe ihn aber auch an 100 verpasst ich habe beide gleichzeitig angeschossen ich habe gar nicht so viel zu dem magazin der drüben das sind drei leute da kommt jetzt hier runter in welcher runter ja die sind dabei da unten ein hitter snap das runtergehen da unten ist einer ich würde schon mal hier runter richtung zu so muss das hätte man jetzt am anfang der runde nicht so erwartet liegt ein bisschen stoppt halt hier würde ich sagen das eine ist ein bot wir können mark rebooten das ist ja einfach rebooten der satan ist im bot und auch goku ist dann am leben schon ein bisschen logisch aus ja jetzt schweißen sie haben einen high oder eine zonen sterben ah hinter mir ghost hat oh mein gut so glück gehabt im bush wieder drin danke er sitzt wieder im bush alles im bush und wir machen jetzt ich muss da hinter dem bügel sein muss da hinter dem bügel sein er kann nur da sein also wenn er da gleich sitzt wird es ziemlich warm er kann ja auch hinter dem hügel da sitzen er muss eh moven gleich hier ist keiner was soll er denn sein oh da ist er jetzt ist es auch Zeit schlafen zu gehen 5 Stunden kann ich wieder aufstecken ja für mich auch kannst du etwas länger schlafen aber aufstehen muss ich trotzdem ja das müssen wir alle ich hab dich ich verstehe nicht warum du in der zone bist weil ich dich geholt habe ah ja warte ah ja was ah scheiße ach so Andy komm ich hol dich oh verdammt Rossi stehst du raus ne da geh ich nicht hin dass du riskantest da ist nur einer das ja das ist nur einer ich schau dir mal kurz zu Mark ich kann es gewinnen kannst du einfach zu mir herkommen und mal eine Karte jetzt gleich holen ich hab keine sleeper und keine popcorn warte ich bin jetzt zwei Sekunden eh tot okay ich stehe mal auf Klo ich stehe mal auf Klo und wieder wenn ihr euer Problem beendet habt na ihrs ah da ist er wieder ah da hat er noch von dir gesprochen Gott mein Mist ist das Wetter ja ich hab mir jetzt gerade Klamotten wieder bestellt und ich will das jetzt sofort zu dir entschicken jetzt habe ich mein Kundenkonto auf dich angepasst ähm bei einer Hausnummer war sie wie bei ihnen genau ja oh da hast du mit geflogen oh da war ein fetter Hund der ist mit geflogen ja ich kann immer noch kein Auto fahren also ich bin die die ich kein Auto fahren kann also ich kann auch kein Auto fahren Oh mein Gott ich habe gerade ich kann auch kein Auto fahren ihr könnt ja auch nicht was zum Führerschein machen Ich muss den Techt kurz wieder aussetzen weil ich muss hier gerade noch was machen weil ich muss hier kurz noch Mathe machen was macht's am gerade in Mathe ähh kurzem Ähm, Wiederholung von Brüchen. Hören Sie hier, du Vogel. Wie viele Menschen denn? Was? Wie viele Menschen denn? Hä, wie Menschen? Wie viele Menschen willst du die Brüche wiederholen? Ich verstehe. Einfach nur Wiederholungen von der sechsten Klasse. Ach so. Du hast gar nicht verstanden, was ich meinte. Ah, guck mal, guck mal, wie er mit dem Auto da ist. Eigentlich haben wir als Thema rationale Brüche. Ey, das muss ich mal unbedingt kurz klippen, ey. Das ist so geil mit dem Auto gerade gewesen. Was hast du da gerade gesagt? Was hast du da gerade gesagt? Was habe ich gerade gesagt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich sehe den Gegner. Ich habe den Gegner gehört. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist da. Und dann sind wir da oben drauf? Ne, ich finde die unten. Ne, ich bin da unten. Wo? Oha! Oha! Oha, chill. wir sind dazu zweit geworden übertreibt man nicht einer steht da oben auf dem berg habe ich gemerkt hatte da was im kreuz und ich glaube das waren kugeln man stehen da oben auf dem berg leute vorsicht aller alarmstufe noch einer ja der ist weg soll er sich verstecken wenn die jetzt nicht in der saun verrecken sehr schön leute sehr schön so kann das doch weitergehen ich hab acht jetzt mein arm tut sie selbst ich habe mich nicht zu sehr gefreut ich bin trotzdem noch ist mir egal wo 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 Ich bin hier. Ah Haha, perfekt. Ja, das klingt nach oben da spiel. Achtung! Komm, 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 komm! . haha oh Oh Come 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 Oh Ja, 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 ja. Mal wieder. Boah, das ist ein Ergebnis, das kann man mal klippen. So, los geht's. Ah! Ah! So geht das, so geht das, Leute, so geht das. Boah, da wurde ich gegrillt. Ja, komm. Hi! Na, du? Also, man merkt auf jeden Fall das Update. Okay. Also, das Problem, was du hattest da mit den Kontrollpunkten, das ist verhoben worden. Also, zumindest sehe ich das jetzt hier mit den anderen hier beim Internet. Okay. Dass sie auch diese Kontrollpunkte kriegen. Hm. Wenn man hat ja nur die Abschüsse bekommen. Genau. Und, ähm, also von der Synchro ist auf jeden Fall was überarbeitet worden, das hörst du schon. Und die Figuren haben jetzt auch mehr Bewegungen im Startmenü. Also, die haben da auf jeden Fall schon mal ein bisschen was gemacht. Das sieht man schon mal. Aber das Update wird, glaub ich, nicht allzu groß sein. Und es spielt sich ein bisschen schneller, find ich. Ja. 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 booking. Ja. Ach. Ja. Ach. Va die Pasteurer schrauben die Schrauben. Und wenn du kurz nach dem ersten ins Ziel kommst, dann kriegst du immerhin noch 30 Punkte für die Beendigung. Die Gegner, bei einer Seite Positionen ist es böse. Es sind eh nur noch Entgegnisse, ist nur noch ein Duo. Ein Duo? Ja. Ich sag's noch so einfach, oder? Bisschen mehr als Du. Oha. Ja. Du bist so ehrenlos mit Pistole klebt, ne? Hast du diesen Move gesehen? Annie? Geh uns holen für die Entgegnung. Ist nur noch ein Weg, ne? Nein, die letzten drei oder so. Da. Filter hinter dem Ding. Abo. Abo, danke, du hast mir vollkackt. Den Enten gerettet. Ja, das liegt doch. Einer ist noch hier. Den Gegner. Den habe ich, aber der andere daneben ist hinter mir davor. Letzter Gegner. Oha. 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 Das machen wir fertig. Hier. Hier. Der zieht die HP ohne Ende ab. Ich weiß. Nimm Schnellschuss. Nimm Schnellschuss. Nimm Schnellschuss. Oha. 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 Endlich mal jemand auf den man sich verlassen können. Oha. 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 Holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Erssens. es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht.